Die Kirche Die Kirche Sie kann heilen und verbinden, sie kann sehen und empfinden, was der andere braucht, um glücklich zu sein. Sie kann heilen und verbinden, sie kann sehen und empfinden, was der andere braucht, um glücklich zu sein. Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Sie kann heilen und verbinden, sie kann sehen und empfinden, was der andere braucht, um glücklich zu sein. Sie kann heilen und verbinden, sie kann sehen und empfinden, was der andere braucht, um glücklich zu sein. Die Kirche Die Kirche Die Kirche